Sie wollte es nur überlegen. Guten Morgen. Papa, guck mal. Ich kann es wirklich schneiden. Ah, wunderschön. Ich kann es schneiden. Und Butter. Ich renne noch. Und Butter. Und Teller. Und Teller. Na? Und du, der Teich ist. Mama hat ja auch ein Kleid. Und das Kamerakleid. Das Kamerakleid. Papa. Mama weiß nicht. Mams Kleid. Sarah Fima fragt schon richtige Sohne. Wie heißt es nochmal? Na, wie haß? Ja. Nein. Doch. Echt? Ja. Unterwäsche so? Wie haß? Nein. Ich bin so ein Bustier. Und Topf vielleicht. Unglaublich. Aber die ist auch älter. Nee, die ist neun. Aber die ist bestimmt die einzige, oder? Nee. Wir bekommen ein Baby. Ein Baby. Ein Baby. Wir bekommen ein Baby. Ein Baby. Ein Baby bekommen wir. Oder Schwesterchen oder Brüderchen. Oder Schwester oder Brüderchen. Oder Schwester oder Brüderchen. Ich würde mich schon freuen, wenn es ein Bruder ist. Ich würde mich schon freuen, wenn es ein Bruder ist. Papa, ich meine bloß wegen Leon, weil er kommt ja nicht. Er war letzte Woche hier. Letzte Woche. Meins wohl. So ein Riesenrad hier. Jo, was machen wir. Es ist trübes Wetter. Und ich werde den Zettel oben anmachen. Brüderchen. Und der Gegner oben wird die tausend anderen, die er tun, die zu tun habe. Malis braucht auch Hilfe. So ein bisschen. Das ist schon in Ordnung. Warte mal, 15 Grad haben wir hier unten. Corona, ein echtes, natürlich nicht, sondern einfach nur ein Markenname Corona Bravo 21. Schlauchwechsel. Der erste Auftrag des Tages. Ein Schlauchwechsel. Corona Räder. Sind wahrscheinlich die seltensten Räder, die es überhaupt gibt. In Deutschland. Von den deutschen Marken. Von den alten deutschen Marken. Sagen wir mal so. Ja, die bestimmt auch ausgestorbene Marken. Das mag auch sein. Mag auch sein, aber so. Aber von den Corona Rädern, da ist ja sehr wenig bekannt. Von den Teilen. Da sind aber noch zwei oder drei Stück bekannt. Und jetzt hängt bei mir im Keller. Ja. Für die Gute. So weit kommt dabei raus, wenn irgendwelche großen Gruppen, alte deutsche Namen aufkurven, oder alte deutsche Fahrradmarken aufkurven und nicht nur die. Also ich kaufe da international diese alten Traditionsmarken auf. Und die sich im jeweiligen Land dann eben gut verkaufen lassen. Dann lassen sie einen Rahmen produzieren. Meist in Taiwan. Taiwan. Oder so. Also das ist. ID Nummer, Nummer, Rahm Nummer. Das ist wahrscheinlich auch Giant oder sowas. Dann lassen sie eben schicken sie 100.000 Rahmen in den Enerland. 100.000 in das andere Land. Und dementsprechend lassen sie unsere Label. Jetzt sind wir in Deutschland. Machen wir mal Corona. Und dann kann man der, 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 der Namen, Nameninhaber, der kann sogar aufschreiben Corona seit, was weiß ich, 1890 oder 18, 99, 18, 98, seit wann gibt's die Corona. Und dann, und dann, der Käufer denkt, wow, der Qualitätsrat, ne, also, so lange machen die schon Räder, boah, toll. Ja. Und eigentlich sind alle der gleiche Klump. Zusammengebolzt irgendwo in Taiwan. Vielleicht die Endmontage, sprich das Labeln und alles erfolgt dann hier. Und nochmal alles nachziehen oder so. Jetzt ist es wie überall. Gut, ist eine simple Geschichte. Hier ist ein Hinterradschlauch platt. Hier haben wir einen Schlauch. Jetzt rück ich mir mal Handschuhe und dann machen wir mal noch Zeit. Gucken wir mal, wie schnell ich bin. So, jetzt. Ich los, ich fang an. Ich mach jetzt nicht hier in Übereile oder so, ja. Aber wir machen jetzt schon mal nach. Ich los, ich los, ich los. Ich los, ich los, ich los, ich los. Ich los, ich los, ich los. Ich los, ich los, ich los, ich los. Ich los, ich los, ich los, ich los. Boah, Gott. Lager läuft rau wie Sau. Feldbank checken. Reifen schicken. Neuer Schlauch. Reifen schicken. Neuer Schlauch. Fixierbuchse, Fixierring. Ventil. Reifen schicken. 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 Und drin ist er. So. Jetzt wird er auf den Punkt. Reifen schicken. 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 Größer 58, ja was heißt das? Sali, nein, du kannst jetzt ein bisschen spielen, also mir geht das echt auf den Keks mit deinem Keks, dann hier die Handstuhlfrauschen, die wollte ich zum Geburtstag eine Kleinigkeit schenken, weil ich eine Idee hatte für sie tatsächlich, die war doch auch schon mal abgesprochen so, versuch mit dem, yo, 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 gut, das ist abgeholt Oh, ja, ich bin fertig, ich bin fertig auf der Wurbel Ich hab gerade Kunden im Laden eingeschlossen, oh mein Gott, ich sitze hier oben und die fuhr mal nach unten an den Türen rum und die hier hängen Und dann hab ich noch angeflohen, woher ihr denn hier rum, ihr müsst da einen Schlüssel haben Und mir hat das wählen und mir hat das wählen, hab ich überhaupt nicht geschnallt, nee Die sind an mir vorbeigehen, als ich beschäftigt war, irgendwo in den Laden, haben sich die Fahrräder angeguckt Und die haben mich was gefragt, jetzt im Nachhinein wird es mir bewusst wieder Aber ich kann das nicht, ich kann das wirklich nicht, die zwei Dinge auf einmal Ich kann das nicht, das ist furchtbar Ich hab gesagt zu denen, ja, unten schaut man unten durch oder so War aber beschäftigt mit was anderem Und dann war ich fertig, dann war ich noch eine Minute da Und dann habe ich nach oben und habe abgeschlossen Die stehen hier unten, um Gottes Willen, zehn Minuten lang Hallo Um Gottes Willen, nee, das ist mir peinlich Also ich entschuldige mich in aller Form dafür, oh mein Gott, ich brauche halt Urlaub Ich komme ja nicht drüber weg, aber ich muss ab und zu zwischen durch lachen, nicht wundern Weil so absurd ist, weil ich die so zusammengestaut habe, obwohl die eigentlich so völlig so nicht dafür kennen Und eigentlich hätte ich mich zusammengestauten müssen Wie geht es denn eigentlich so absurd? Aber kann man mal sehen, so funktioniert es Ey, wenn du schuld bist, einfach eine große Fresse Aber einfach über den Mund fahren irgendjemanden Und der ist völlig so, die fragmentiert ist Ja, hast du recht, hat er recht Da kommt man sich selber und hinterher fragt man sich dann wahrscheinlich zuhause kommen Die an der gesagt, war der bescheuert oder was Ja, in dem Fall, ich war, ich bin bescheuert Aber naja, ich habe einen eigenen Auftrag, also hier getratet, das ist platt Das ist ins von Main Kein Auftrag von einem Kunden, sondern ein Auftrag von mir selbst Da meinte, Ena ist ein Nagel drin Ah, hier ist irgendwas drin, hier ist Metall drin, tatsächlich Kein Nagel, aber eine Tackernadel oder so Meint ihr wahrscheinlich hoch Clue Tackernadel Nee, Tackernadel in ihren Reifen, dann kommt da nicht vorne Die liegen ja meist auch nicht einfach so rum auf der Straße Papa? Mhm? Ähm, weißt du, dass Mama jetzt kommt, hast du überhaupt drei Stimme gebracht? Ja? Wie will er? Warte, die und Mama kommen Ja Ja Papa! Ja? Ja? Möchtest du da? Ah, da war er denn Ja, warte mal, ich komm mal gleich raus, muss ich mal gucken, was die gleich gemacht haben Musst du mir mal zeigen Was die Bengels da jetzt rumgerissen haben? Irgendwas am Rad? Guck ich mir an Das Rad ist eh fertig hier Watt denn? Welches Licht? Welches Licht? Welches Licht? Welches Licht? Welches Licht? Welches Licht? Ich hoffe, wir haben das Licht gemacht Oh mein Lichter! Aber die haben definitiv hier doch etwas von mir geschickt Das von Falcon und seinem Sohn Und dann hat er mir ein Schloss gezeigt in der Hand Hier, ich hab mir mein Schloss geholt Und dann sollte er da rüber steigen und dann den Schloss holen Das ist mein Kitas Ein kleines Kellerregal stand draußen zu verschenken Und hier so ein einfaches, so ein Billard Aber davon habe ich da schon hier stehen Da bei mir hinten in der Ecke Wisst ihr ja Nehme ich mit Wenn ich mal einige Böden brauche oder so Und den Müll von der Straßen muss ich ganz oben Das ist ja furchtbar Ich will da immer Brötchen hin Yeshan Wirst du voll Brötchen, ey? Wer soll denn das? Das wird Also unglaublich Jetzt filmt sie Ich hätte mich gepupst habe Nein, gut Dann musst du doch mit dem Pupsen aussagen Weil ich auf der Weise gepupst Ich hab gepupst, wo die an war Ich hab gepupst Jetzt gibt's hier oben essen Ich geh runter kurz aufräumen und reinräumen Also reinräumen Einräumen Aufräumen Für die Wochenanbehalt Wie lange geordnet? Ach, ich hab ja auch noch Zeit Ich muss ja sowieso was rein und blicken Oh, was haben wir gemacht? Nicht viel, ne? Jetzt suche ich noch gleiche Bleche raus Zusammen hier Und dann Feierabend Feierabend Ja, ich bin da Wenn es nicht klar ab Wenn Ih reducereigt Es ist FeU decisions das ist doch schön ich habe umgeräumt aufgeräumt noch nicht gleich aber umgeräumt erst mal weihnachten noch mehr weihnachten das weihnachten hier ist weihnachten für die blöder feierabend ich bin jetzt gleich noch mit alex in die garage fahren der will sich da ein paar schränke angucken ob er die nimmt für den laden von irgendeinem kumpel von ihm und erzähle ich erst mal hochrad essen warum ist meine tochter permanent nackt weg von unserem fleisch noch hör mal kaffee macht munter und wenn man schlafen gehen will ist das nicht so gut ich muss erst mal die kaffeemaschine sauber machen ich will nur das ist auch ein spaß das ist so ein pink lila das ist aber lieb an der grünen screen wo sie sich gedreht haben die kriegen wir hin und müssen immerhin den kinder kopf kurz so dann kommen die augen wollen jetzt sage ich tschüss jetzt sage ich tschüss jetzt sage ich gute nacht macht's gut wir sehen uns morgen wir sehen uns morgen auf einer geburtstagsfeier ich fahr morgen früh ein auto abholen kann ich mitkommen manchmal vor aufstehen wenn ich mich immer noch da dran bin dann werde ich nicht wieder so einen langen schläfer willst du mitkommen ja wie viel Uhr na um neun Uhr fahr ich los also es ist nicht früh aber es ist auch nicht so schlimm also halb acht wächst du mich auf oder um achten dann habe ich 15 minuten noch für alles Zeit eine stunde ok machen wir dann ein neues auto also bis dann macht es gut wir sehen uns 8 uhr ciao